Wem wundert's, das Szenario ist eingetreten. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den XRP-Rows. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XRP-News. XRP-Deutschland ist heute wieder mal mit euch zusammen vereint. Heute Tag der Deutschen Einheit, ne, Luis? Eigentlich haben wir etwas zu feiern heute. Aber, ja, was soll ich euch sagen, Leute? Das ist eingetreten, was wir schon ganze Zeit erwartet haben und vermutet haben. Ja, SEC vs. Whipple. Es geht in die nächste Runde. Und die SEC hat anscheinend, ja, Berufung eingelegt. Schauen wir uns an. Abgesehen davon, ja, Jeremy Hogan, der Breadgang-House hat sich geäußert. Und viele, sag ich mal, Personen haben sich auch dazu geäußert. Wir haben alles zusammen eingepackt. Und, ja, das Video kommt jetzt, um uns zwei, um vor allem die Familie an solche schwierigen Tagen auch zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal. So einen Klick auf, gefällt mir in diesem Sinne. Rein in die Olga. Jo, Freunde, dieses Video wird gesponsert von Bitwabo, powered by Hive. Wir haben einen 20-Euro-Bonus für neue Unbestandskunden rausgehauen. Die Börse mit einer der geringsten Gebühren. Einer sehr einfachen Bedienung und die Regulierung in Deutschland, unsere Top-1-Kryptobörse. Ja, Luis, was ist passiert? Es war doch so abzuwarten. Ja, Sina, was soll ich sagen? Die 50-50-Chance der Berufung ist eingetreten. Und zwar das schlechteste Szenario, was wir uns hier vorstellen können. Wir müssen jetzt natürlich schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Wir werden jetzt in dem Video nochmal alle Themen hier untersuchen. Wir werden nochmal auf das Statement von Jeremy Hogan, von Brad Garlinghouse und Stuart Alderwoad hier eingehen. Wie geht es jetzt generell weiter mit der Klage und auch mit Ripple und XRP? Auf jeden Fall, Sina, müssen die XRP-Inhaber hier wieder ein dickes Fell haben. Und ja, ich denke, der Weg geht hier aktuell so weiter. Und schauen wir uns an, was hier passiert ist, Sina. Ja, absolut. Da hat wirklich, lass mich jetzt nicht aussprechen, eine Person von der SEC, ja, Berufung eingelegt und ist dann direkt zurückgetreten. Was ist das? Ja, der Hinman-Move, gehen wir da ja auch nochmal drauf ein. Das ist wirklich, was hier passiert, Freunde, es ist unglaublich. Und selbst der Brad Garlinghouse, schauen wir uns gleich auch an, sagt hier offen, dass es einfach nur Korruption ist und einfach nur ein absoluter Skandal. Schauen wir uns einfach mal an, was ist hier heute Nacht passiert. Und zwar haben wir hier das Statement von dem James Carfillen und zwar Breaking, die SEC hat Berufung gegen die Entscheidung von Richterin Torres eingelegt. Ja, es war, wie gesagt, zu erwarten. Die Frist war jetzt nur noch bis zum 6.10. Und gefühlt in der letzten Minute kam hier dann die Berufung der SEC. Und zwar hier nochmal das große Statement von den Jeremy Hogan und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig hier nochmal. Punkt 1, großer Fehler der SEC, als wir gegen das Programmatic Sales Decision Berufung einlegen. Und wenn es gewinnt, wird es mehr Geld von Ripple bekommen und niemand geschützt haben. Ripple wird sein Blue Sky Gesetz zur Sprache bringen. Und wenn es gewinnt, ist die Fähigkeit der SEC, den gesamten Kryptoraum zu regulieren, im Wesentlichen zerstört. Keine gute Risikoberechnung durch die SEC. Also hier nochmal ganz wichtig, dass das, wenn die SEC hier und die SEC hat keine große Chance auf einen Sieg bei der Berufung, auf jeden Fall einen großen Nachteil durchbekommen, als wenn sie jetzt keine Berufung eingelegt hätte. Das ist einfach nur stur, einfach nur, meiner Meinung nach, wie gesagt, starke Korruption. Die legen Berufung ein, obwohl die ganz genau wissen, wenn der eine oder andere in Amerika jetzt regieren wird, dass ihre Köpfe sowieso rollen. Und der eine, da werden wir gleich nochmal eingehen, legt Berufung ein und tritt zurück. Janik, was ist das? Wie geht das? Wer macht sowas? Ja, das ist unglaublich. Wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Aber Punkt 2, dies ist eine Berufung von rechts wegen nicht wie bei der vorherigen Versuchung der SEC. Der Verfahrensrichter kann nämlich die Berufung hier nicht ablehnen. Punkt 3, es ist sehr wahrscheinlich, dass die SEC verlieren wird. Also wie gerade gesagt, sowohl statistisch als auch aufgrund der faktenlastigen Art und Weise, wie die Richterin ihre Stellungsnahme verfasst hat. Punkt 4, selbst wenn die SEC in der Berufung gewinnen sollte, ist sehr wahrscheinlich nur eine Frage des Geldes. Und es würde sich nichts an XRP und seiner Verwendung durch Ripple ändern. Da gehen wir auch gleich nochmal auf das Statement von Rick Garlinghaus ein, in dem er sagt, dass das Wertpapiergesetz, also dass XRP kein Wertpapier ist, in Stein gemeißelt ist. Das hat die SEC auch selber betont nochmal. Punkt 5, in ein paar Wochen werden wir wissen, gegen welche Probleme die SEC-Berufung einlegt. Und dann muss sie bis Mitte Dezember ihren ersten Schriftsatz einreichen. Es wird und kann nicht ansprechend sein, dass XRP kein Wertpapier ist, wie ich jetzt gerade erwähnt habe. Ganz wichtig, dass man darauf achtet, ob die SEC gegen die einzweilige Verfügung Berufung einlegt oder hier nicht. Also wir wissen noch nicht, gegen was die SEC Berufung eingelegt hat. Sie hat einfach nur Berufung eingelegt erstmal. Aber ohne Begründung, sie sagen, wir machen Berufung, wir legen Berufung ein, aber gegen was? Vielleicht legen die Berufung ein gegen den Hofmeister oder so. Kann ja alles sein. Ja, das sowieso, aber es ist einfach wieder unglaublich, als wenn sie einfach nur die letzte Sekunde genau dieses Timing hier abgestimmt haben, wo der Angriff kam, als wenn die Ripple nochmal hier dick einen reinwürgen wollen. Wir haben ja einen schönen Anstieg mit XRP gesehen. Dann kam die Nachricht aus dem Nahen Osten und dann einen Tag später direkt die Nachricht mit der SEC. Also es ist wirklich unglaublich wieder. Punkt sieben, ich weigere mich zu glauben, dass die Ankündigung von Rechtsanwalt Gruel die SEC am selben Tag zu verlassen, an dem die Berufung eingelegt wird, nur ein Zufall ist. Aber ja, ich bin ja sehr verrückt und habe mal keinen Aluhut hier, muss man hier nochmal hinzufügen. Punkt acht, die einzige Hoffnung, dass das alles bald vorbei ist. Wenn es eine neue Führung bei der SEC gibt, wenn Trump wieder Präsident wird, werde ich demütig die Rolle des Director of Enforcement übernehmen und die Behörde neu ausrichten und sie vor Betrug, Betrug und Dieben zu schützen. Also halten wir nochmal fest, Freunde, es ist noch nicht klar, worum es hier in der Berufung geht. Aber was klar ist, dass XRPG immer noch kein Wertpapier ist, dass daran auch nichts zu rütteln ist, dass es quasi einfach nur um die Geldstrafe geht und einfach eine absolut korrupte Haltung der SEC, weil sie, wie gesagt, einfach nur die Geldstrafe erhöhen will. Genau in diesem Timing die Berufung raushaut. Und natürlich hier auch nochmal die Geschichte mit dem Director, was wir uns anschauen müssen, Sinan, was ich wirklich unglaublich finde. Und hier nochmal, how is this shit legal? Und das genauso, hier haben wir den Hinman-Move, Sinan. Und zwar Hinman damals genau, bevor er die SEC verlassen hat, hat er die Klage gedoppt. Und jetzt, Sinan, was ist jetzt passiert? Ja, damals, als der Hinman mit der SEC hat Ripple angeklagt, ist zurückgetreten. Jetzt genau das Gleiche. Hier, dieser junge Herr hier mit dem indischen Tuban oder was der auf dem Kopf hat, legt Berufung ein für die SEC und tritt zurück. Ja, nee, was ist denn los hier? Ich frage mich, was hier los ist. Das ist einfach wirklich unglaublich, unterstreicht immer wieder diesen ganzen Ripple-SCC-Fall. Und ja, ich kann mir einfach nur vorstellen, also das ist nur meine persönliche Meinung hier, natürlich Aluhüte auf, dass das hier alles gewollt ist, dass Ripple klein gehalten werden soll, dass das mit der Klage sind soll. Anders kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Also wenn hier wirklich noch Recht und Gesetz herrschen soll im Rechtssystem, dann kann das auf jeden Fall hier nicht mehr angehen. Hier nochmal auch bestätigt von Eleanor Tarrott, und zwar Breaking. Die SEC hat soeben bekannt gegeben, dass sein Enforcement-Director, der Gubir Gwebel, die Agentur mit Wirkung zum 11. Oktober verlassen wird. Und nach seinen Ausscheiden wird Sanjay Watva, keine Ahnung, Sinan. Bude, weißt du, Watva, warte mal, lass mich mal nochmal gucken, ich muss darüber reden. Wer ist das Land? Ich kenne die ganze SEC. Woher taucht dieser Inder auf einmal auf? Also, ich darf das sagen, wenn du es sagst, ist das rassistisch. Wenn ich sage, ist das ok? Woher taucht der auf? Der ist auf einmal gespawnt, weißt du? Der ist einfach reingespawnt und sagt, ja, hier, ich mache Berufung und ist dann weggegangen. Keine Ahnung, vielleicht ist das der Hauptmeister von der SEC. Ja, Sinan, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall hier wieder unglaublich. Auf jeden Fall noch die Bestätigung der Eleanor Tarrott. Und nach seinen Ausscheiden wird dann die Sanjay, die stellvertretende Direktor der Abteilung, als kommissarischer Direktor fungieren. Und Sam Waldon, der Chief Kanzel der Abteilung, wird als stellvertretender Direktor fungieren. Das ist wirklich unglaublich. Und Gary Gensler muss hier einfach nur, ja, fallen. Wieso hat Gary Gensler nicht Berufung eingelegt? Ja, hat er ja. Ich meine, das ist ja trotzdem, das ist alles über Gary Gensler geht. Er ist der Chef, nur trotzdem... Er muss gehen, er muss gehen. Ja, das wäre definitiv das Sinnvollste für den ganzen Krypto-Raum. Und ich hoffe, dass sein Kopf rollen wird, wenn wir hier die Wahlen haben. So, reden wir kurz über Brad Garlinghouse. Der hat sich ja auch anscheinend geäußert. Ja, und Brad Garlinghouse ist unglaublich wütend. Also nicht nur wir, die ganze XRP-Community ist wütend, sondern hier auch der Brad Garlinghouse und sein offizielles Statement direkt nach dem Berufung eingelegt wurde. Wenn Gensler und die SEC rational wären, hätten sie diesen Fall schon vor langer Zeit hinter sich gelassen. Es hat die Anleger sicherlich nicht geschützt. Und stattdessen die Glaubwürdigkeit und den Ruf der SEC beschädigt. Irgendwie haben sie die Botschaft immer noch nicht verstanden. Sie haben alles verloren, was wichtig ist. Ripple, die Krypto-Industrie und der Rechtsstaatlichkeit haben sich bereits durchgesetzt. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Sie haben so unglaublich stark auf den Deckel bekommen. Haben wirklich Statements von den Richterinnen bekommen. Sie wurden gemaßregelt von den Richterinnen. Mehrere Gerichte haben dieses Urteil bestätigt. Und trotzdem hauen sie immer solche Dinge raus. Und sie wollen die Anleger schützen. Das ist mal bitte, Freunde. Also ich bin jetzt hier auch mal ein bisschen sauer. Aber irgendwie, äh, gehen wir hier nochmal auf Brett Garnier. Auf einmal, auf einmal, der ist zum Löwen geworden. Auf einmal werde ich hier, drehe ich hier durch. Was ist hier los? Aber während wir so lange wie nötig vor Gericht kämpfen werden, lassen sie uns klar sein. Der Status von XRP als Nicht-Wehrpapier ist heute das Gesetz des Landes. Und das ändert sich auch angesichts dieser fehlgeleiteten und ärgerlichen Berufung nicht. Zur Erinnerung hier nochmal. Als die SEC erfolglos versuchte, eine einstweilige Berufung einzulegen, machten sie deutlich, dass sie nicht die Absicht hatten, den Status von XRP als Nicht-Wehrpapier in Frage zu stellen. Und das ist auch nochmal der Grund, warum wir keine Berufung gerade zu diesem Thema bekommen, dass XRP kein Wertpapier ist. Und hier auch nochmal, Sinan, ganz, ganz wichtiges Statement von Brett Garlinghaus hier in der Kommentarzeile. Genau. Und zwar hat jemand geschrieben gehabt, da muss ich nochmal kurz vorlesen. Und ich wette, Gary Gensler checkt immer noch den Instagram seiner Ex-Freundin an. Ja, genau so ist es. Er kann es einfach nicht hinter sich lassen. Er ist immer noch irgendwie verliebt, irgendwie so eine Hassliebe, genau wie es mit Ripple so ist. Und er kann es einfach nicht einsehen, dass er hier verloren hat. Und Brett Garlinghaus ist ein Statement, was ich nochmal unglaublich wichtig finde. Es fühlt sich so an, als steckt er mehr dahinter, als das, was auf den ersten Blick ersichtlich ist. Die Wahrheit und die Korruption kommt immer irgendwann ans Licht. Ja, irgendwann, aber muss jetzt langsamer kommen. Das auf jeden Fall, Freunde. Ich muss es jetzt hier nochmal sagen. Egal, was passiert. Wir haben die ganze Zeit nur berichtet. 50 Prozent die Chance, dass die Berufung kommt. 50 Prozent, dass die Berufung nicht kommt. Wir sagen seit Jahren, seitdem wir mit diesem Projekt hier bei YouTube aufgetreten sind, seitdem wir uns dieses Projekt hier auch privat befassen, dass wir an die Anwendung glauben, an dieses Projekt glauben. Und da hat auch diese Klage eine Berufung. Oder auch, wenn es jetzt nochmal ein oder zwei Jahre länger dauert, würde keine großen Auswirkungen meiner Meinung nach. Für mich hat sich hier nichts dran geändert. Und wie gesagt, die Anwendungen kommen sowieso erst dann, wenn wir soweit sind. Also wenn die ganze Welt soweit ist, dass quasi hier die digitale Finanzwelt hier reinkommt, etabliert werden kann. Das hat Jeremy Hogan auch gesagt. Das hat nichts mit der Anwendung zu tun. Die Anwendung wird kommen. Das hundertprozentig, das sowieso. Und das ist ja genau das, warum der Weg gegangen wird. Der Drupal hätte schon lange zahlen können, hätte sich einfach quasi dieses Ding hier beenden können und hätte wie alle anderen auch Bullruns mitmachen wollen. Aber sie wollen was ganz, ganz anderes. Sie wollen hier oben in der Finanzwelt eintreten, das Finanzsystem umwerfen. Und ich denke, das werden sie auch hundertprozentig schaffen, wenn sie die Hürden hier gemeistert haben. Und natürlich hier auch nochmal ganz wichtig, die ganzen Kleinerleger, die jetzt hier alle rumholen und immer noch nicht warten können, hier natürlich hier auch rausspülen. Hier, der Stor Aduroci sagt auch, ja, die Berufung, das war klar, dass die Berufung kommt. Die SEC ist halt eine Schlange. Ja, die Entscheidung, der SEC Berufung einzulegen, ist enttäuschend, aber nicht überraschend. Und dies verlängert nur das, was die Agentur bereits eine völlig Peinlichkeit ist. Und das Gericht wies bereits die Behauptung der SEC zurück, dass Ripple rücksichtslos gehandelt habe. Und es gab keine Betrugsverwürfe und natürlich auch keine Opfer oder Verluste. Auf jeden Fall nicht auf der Seite von Ripple, sondern nur der Seite der SEC. Und anstatt das Gesetz gewissenhaft anzuwenden, führt diese Behörde unter ihrem Vorsitz weiterhin einen Rechtsstreit gegen die Industrie. Und wir prüfen, ob wir ein Anschlussbeschwerde einlegen sollen. So oder so, die Klage der SEC war von Anfang an irrational und fehlgeleitet. Und wir sind bereit, dies von dem Berufungsgericht erneut zu beweisen und damit erneut die Führung für die Branche zu übernehmen. Also hier den Präzedenzfall für die ganzen Kryptoraum zu schaffen. Deswegen müssen wir alle zusammenhalten und nicht alle mit dem Finger drauf zeigen. Haltet zusammen, dann werden wir das schaffen. Und hier auch nochmal sein Statement Zufall, dass der Enforcement Director der SEC etwa eine Stunde zuvor seinen Rücktritt angekündigt hat. Also hier wird es an jeder Seite nochmal bestätigt. Und keiner kann wirklich glauben, was hier aktuell passiert ist. Also hat der Typ sozusagen unterschrieben, die Tinte war trocken und da ist er zurückgetreten und dann kam die Nachricht, hier will man machen. Genau, damit er quasi nicht mehr haftbar oder quasi nicht mehr haftbar ist. Und es ist wirklich unglaublich. Selbst der Johnny Deaton hat sich hierzu geäußert. Gehen wir nicht drauf ein, ist jetzt unglaublich lang nochmal. Schaut selber nochmal bei X vorbei. Aber er hat jetzt eine ganz, ganz andere Rolle hier, die er gerade spielt als Senat. Er spielt jetzt gerade aktuell eine ganz andere Rolle. Aber selbst dazu hat er sich nochmal geäußert und seine Empörung mitgeteilt. Luis, wer ist das? Ich frage mich die ganze Zeit, wer das ist. Guck mal, ich schaue mir die ganze Zeit an. Wer ist das? Wer ist das? Sorry, dass ich das sage, aber ich kenne ihn nicht. Ich bin für Sinan in der SEC. Nee, auf keinen Fall. Aber ich bin für Olga. Das wäre noch besser, ja. Ich sage euch, wie es ist. Dieser ganze Schinken macht anscheinend noch Spaß und wird uns noch lange verfolgen. Also, was machen wir? Wir abonnieren diesen Kanal und werden dranbleiben. Wir werden natürlich euch immer unsere persönliche Meinung sagen. Wir werden immer die neuesten News euch mitteilen. Deswegen abonniert diesen Kanal, drückt auf Gefällt mir. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Ich weiß, Freunde, wenn ihr jetzt abgefuckt seid, wir können uns definitiv auferstehen. Das ist für uns auch alles nicht schön. Wir sprechen hier seit Jahren über das Projekt. Aber natürlich hat sich an unserer Meinung hier nichts geändert. Und wenn ihr natürlich jetzt nicht mal an das Projekt glaubt, müsst ihr euch andere Projekte suchen, ganz klar. Aber wie gesagt, denkt dran, was hier mit den Anwendungen auf uns zukommen soll. Genau, in den Kommentaren aber respektvoll miteinander umgehen. Und vor allem, so Beleidigungen und was weiß ich, interessiert mich nicht. A, schreiben wir sowieso dann nicht zurück. Und B, ja, dann muss sich der eine oder andere trennen. So einfach ist das. Wir sind alle gerade ein bisschen genervt und etc. Nun müssen wir gerade die Ruhe bewahren. Wir müssen aufpassen, die Ruhe bewahren. Wir wissen noch gar nichts. Es ist jetzt von der SEC ein Schreiben rausgekommen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Was als nächstes kommt. Wir wissen nicht, wie Whipple reagiert und und und. Und wir schauen uns einfach alles mal an. Und vielleicht ist das auch halb so wild, wie wir alle vermuten. Wissen wir gerade nicht, was hier los ist. Wir müssen einfach abwarten und Tee trinken. Genau. Und alle, die gesagt haben, ah, guck mal, das ist schon vorbei. Und was weiß ich, guck mal, der Preis steigt nicht. Hier seht ihr das. Deswegen ist der Preis nicht gestiegen. So einfach ist das. Genau, das ist auch der Grund. Genau, wie du es gesagt hast. Wir können das Video hier noch komplett in Lange ziehen. Aber genau das ist ja der Punkt, warum wir mit der Entscheidung von der Richterin noch keinen riesen Preisanstieg gesehen haben. Wir haben es die ganze Zeit gesagt, es ist mit eingepreist, dass die SEC auf jeden Fall ein Statement hier mit raushaut. Ich habe es zum Schluss nicht mehr gehofft, aber es ist passiert. Und damit müssen wir hier natürlich schauen, wie es weitergeht. Luis, da gibt es so viele da draußen, auch andere, sag ich mal, YouTube-Kanäle, die die ganze Zeit gesagt haben, ach, es ist vorbei und der Preis steigt nicht und haben da rumgehetzt. Wir haben die ganze Zeit hier gesagt, nein, so ist das nicht. Da gibt es ganz anderes Wissen. So wäre der Preis schon viel höher gegangen. Glaub mir, die wussten erst von Anfang an, dass es so ist. So wäre der Preis hoch explodiert. Es ist nun mal so, dass Insider-Wissen immer noch gibt. Es ist nun mal so. Es ist verboten. Ja, es ist verboten. Aber es gibt immer Insider-Wissen. Und es war von Anfang an klar, dass es nicht, sag ich mal, die Berufung zu Ende ist. Dass die Klage vor Ende ist. Dass es immer weiter geht. Und alle, die euch was anderes erzählt haben, haben gelabert. So, wir werden jetzt hier Cut machen und ich denke mal, wir sehen uns morgen wieder und hoffentlich mit besseren Laune. Und natürlich mit ehrlicher Meinung. Wert von Du, ein Teil unserer Instagram, Telegram und vor allem X-Seite. Da seid ihr auch herzlich willkommen, Leute. Noch einen schönen Feiertag. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sinan-Lewis-Bu-Doppelsets sagt von Herzen Dank.